München tanzt bald wieder, und zwar auf der Dance 2019. Das elftägige Festival findet vom 16. bis zum 26. Mai statt. Bei der Programmvorstellung am Donnerstag gaben die Veranstalter einen Einblick, was die Münchner erwarten dürfen. Wir haben fünf Uraufführungen, eine Filmpremiere, wir haben fünf sehr große Gastspiele, internationale und zahlreiche Sonderformate im öffentlichen Raum, wie Ceren Orans Tanzmarathon, Hohes Frau Trophäa, die täglich an einem anderen Ort in München sieben Stunden lang einen Tanzmarathon veranstalten wird. Unter anderem in der Muffathalle, im Kreativquartier und im Residenztheater können dann internationale und Münchner Tänzer und Künstler bewundert werden. Aber auch das Publikum wird aktiv eingebunden. Wir haben da ein Urban Dance Floor, wo angeregt wird zum Mittanzen und Mitmachen. Die Initiativen vor Ort öffnen ihre Türen. Wir haben eine Installation Kanalkonzert, wo es aus den Gullideckeln schallt. Die History Tour, das heißt wir fahren mit dem Fahrrad, mit den Fahrrädern, durch die Stadt an Orte, an denen schon vor dem Ersten Weltkrieg Tanzgeschichte geschrieben wurde. Unter dem Aspekt Zukunft braucht Herkunft. Am 18. März startet der Kartenvorverkauf für die Dance 2019.